Willkommen zurück, Sniper Elite 4, mit der diesmal hoffentlich vielleicht schon letzten Folge. Hier kann er mich nicht sehen, der andere dürfte... Ja, Rückendeckung hat funktioniert. Perfekt. Ah, der Sniper da stört. Abi, jawoll. Das hab ich selber... Eigentlich hab ich jetzt nur gezieht. Ich wusste nicht mal mehr, wo der ist. Ich hab das Leuchten ja gesehen, aber... Scheiße, da ist noch einer. Da kommt noch einer, ich glaub eine... eine Stopper verlaube ich noch, ne? Dachte ich. Aber wo? Ja, guck doch mal nach. Komm, lauf, da ist doch noch eine Stopper verlaube gewesen. Jawoll, Doppelkill. Geil. Perfekt. Okay, 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 okay. Da drüben können wir uns so, können mich so ohne weiter zu sehen. Also, ab über die Brücke. Das erste Mal, was ich höre, ist Panzer. Shit. Wo fällt der denn lang, ist die Frage. Da kommt er. Wieder bleibt er stehen. Ähm. Jawoll. Hat das was gebracht? Ich glaube nicht. Ich fürchte fast nicht. Ne, der kann sich nicht bewegen. Okay. Okay. Wenn er diesen verkackten Bordstern, der nicht hochkommt. Ach, okay. Scheiße. Kommt er. Der Panther. Panther. Was ist denn da alles ausgestiegen? Panzerfaustsoldat, Jäger, Jäger, Speer und noch ein Jäger. Und hier ist ein Jäger. Okay. Ich habe auch keine Tellermine mehr. Bitte aber noch. Okay. Okay. Jawoll. Verrakel. Nein. Schieß, 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 schieß. 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 Der war dicht. Problem ist da, ist auch einer. Ich weiß noch nicht wo. Rennt weg. Panzer zerstört, damit die direkt gelb, weil die davon ausgehen, die Geräusche kann verlieren. Sagt er und lag völlig falsch. Wirklich. Äh, irgendeiner muss noch weiter vorne sein. Was? Wo kommen die denn jetzt alle her? Und weiter vor. Ne, ist noch einer. Shit. Ich habe nicht genug Schuss. Das ist mein Problem. Durch die Hecke durch. Ich weiß noch nicht, wo der andere sein soll. Da, der sitzt da. Da kommt noch einer. Das ist doch nicht zu glauben. Das Ding war hier. Ey. Hier. Da. Durch die Zuppresse, die ich hier wählen muss. Jetzt ist der Offizier tot. Jetzt nerven die mich auch nicht mehr. Ist auch nochmal ein Panzerfaustsoldat? Und natürlich. Mein Gott. Die Framerate, die will aber auch heute gar nicht. So richtig. Von da kommen welche. Bei mir ist das der Panzer irgendwie meine einzige Deckung war. Das ist der Panzer. Er wurde getötet! Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot, ja. Aber die rennen weg, das ist ganz gut. Die fünf da stören mich ehrlich gesagt. Wenn die theoretisch direkt hier hinter der Maus sind, aber wo sollen die sein? Die in dem Haus drin? Wo sind die denn? Da oben. Hab ich denn das zum Werfen? Nein, hab ich nicht. Doch das denn nicht. Shit. Ich geh'n geflüchtet. Ich will, wenn du was siehst. Was war das? Idiots. Wo? Oh, soll ich vielleicht gehen? Reden stör ich. Panzerfaust-Typi. Ja, dann machen wir mal mit der Wellrot weg. GG und so. Zu doof, um durch ein Geländer zu gucken. Guck dich, Jungs. Ich markier die mal. Sie sind ja offensichtlich zu doof. Das kann ich nicht werfen, das Ding. Shit. Ich kann doch bestimmt. Na, komm. Gucken wir mal durch das Loch. Ist nur einer. Wirklich? Strunzdorf sind die denn? Kann man durch das Holz durchschießen? Gucken wir jetzt mal. Ja, kann man. Okay. Da hätt' ich mir die ganze Mühe gar nicht machen müssen. Hätt' ich mir die ganze Mühe gar nicht machen müssen. Wusst' ich nicht. Einmal kurz das All-Clear holen. Oh, ein Chicken. Da war noch ein Sniper. Wo war der, genau? Irgendwo da war noch ein Sniper. Aber ich bin nicht weit weg. Ich bin fast am Ende. Ich muss nur da hin. Ist das Fahrzeug, das mich gesehen hat? Tschüss. Für die andere ist einfach mal in die Luft. Bitte? Ist hier ein Easter Egg? Ja. Da ist jemand drin. Äh. Ja. Da ist jemand drin. Oha. Der hat mich sogar getroffen. Scheiße. Irgendwo dahinter ist nur ein Sniper. Fuck. Ich bin fast tot, ey. Wo kam der denn in den Supermäher? Muss ich wohl mal einen leichten Umweg laufen. Denke ich. Würde ich mal behaupten. Jetzt mal wüsst du, wo genau der Sniper war. Warte mal, ich hab doch noch TNT. War der da oben? Shit, von da. Aber wo da? Kacke, 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 rin. Ich hab den nicht gesehen. Scheiße. Der kann mich an der Stelle sehen. Okay, da muss der irgendwo da links... Gut, wurde ja angezeigt, dass der da links ist. Aber wo da links? Irgendwo da an den Häusern auf der Mauer, auf der Lauer. Folgenname war nicht umsonst gewählt. Welchen Balkon, in welchem Fenster sitzt er? Oh, shit. Shit, 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 don't die, don't die, don't die, don't die, don't die. Alter, Falter. Ich hab jetzt nix mehr zum Heilen, ey. Das Teil heilt auch nicht voll. Kacke. Gott, wo ist der denn? Ich seh den nicht. Hm. Bin mir dummerweise auch nicht auf der Karte angezeigt. Natürlich nicht. Wär auch viel zu einfach gewesen, wenn er das getan hätte. Oder tun würde. Kann ich mich nur lang... ...ganz, ganz langsam ran robben. Hm. Wenn er mich jetzt trifft, bin ich tot. Kann man ja mehr aus der Ecke, oder? Sind da mehrere Sniper. Könnte auch sein. Das war mehr irgendwie so da aus der Gegend. Sprich, irgendwo da, wo ich hin muss. So viele Fenster gibt's ja nicht, wo da drin sein könnte. Das war schlau. Das war natürlich richtig intelligent. So, im Allgemeinen und so. Da. Ja, Schütze. Da ist er. Ich bin drum herum gelaufen. Perfekt. Ab ihn. Ja, sorry. Da haben wir dran. Da haben wir dran. So. Jetzt hoffen wir mal, dass das der Einzige war. Sonst bin ich gleich tot. Ich meine, ich würde ihn ja auf der Karte sehen, wenn ich nah genug dran bin. Wie war das, wenn das Wölchen wendig wäre? Wo ist das denn? Achso, da ist der Reaktor da drüben. Äh, Reaktor. Generator natürlich. Nicht Reaktor. Wie sag ich ja eigentlich mal Reaktor? Direkt, da hab ich gerade Luft gejagt. Letzte NPC. Oder letzte Gegner, bis er gesagt hat. Weißt du was? Kann ich aber auch ignorieren, glaub ich. Ach komm, weißt du was? Risiko. Volles Risiko. Ab hier rein. Jawohl. Ich bin gleich aus hier. Weg. Oh, geil. Und Wissenschaftler auch mitgenommen. Korrekt. Wir haben einen Tötestürm. Erfolgreich. Abgewehrt. Oh, ich bin echt gespannt. Was jetzt kommt. Das ist das raume Hühnchen. Alter. Alter, die komplette Kirche. Alter, die komplette Dorf. Genau. Okay. Bosch ist tot. Und die Todesstürm-Programm ist weg. Ho, ho, ho. Der Kampf, um die Europäische liberieren, ist am Anfang zu beginnen. Okay. Okay. 81%. Alles geschafft. 2 Stunden 38. Boah. Schon lang gedauert. 49.000 EP. Und jetzt habe ich auch noch hier mit... irgendwelchen... komischen... keine Ahnung. So, weiter. Ja, ich hätte mir das durchlesen können. Egal. So, wir kriegen XP, aber ganz wenig XP. Und ich kriege einen neuen Charakter. Den Professor Bosch. Ah ja. So, das heißt, jetzt müsste eigentlich gar nichts mehr kommen. Weil wir haben alles. Sammlerobjekte. Todesstürm. Hier haben wir noch so einen Adler. Zwei Adler haben wir in dem Level gesorgt. Nehmen wir vor. Und Todesstürm-Vernichtung. Einen Dienstplan. Ja. Das war ganz gut. Hat alle Sammlerobjekte löschen. Dann kann ich sie nochmal finden. Ja, ne, ist klar. Down- und Kicksperte. Bloodwarekommando. Geil. Ich weiß gar nicht, ob mir das irgendwas bringt, wenn ich Level 51 werde. Aber das werde ich nicht hier machen. Nicht im Let's Play. Das machen wir vielleicht dann mal im Stream of Hardcore. Das war Sniper Elite 4. Beziehungsweise das waren die Sniper Elite 4 DLC-Missionen. Kampagnen. Todesstürm. Todesstürm. Teil 3. Wir haben die Nazis ausgeschaltet. Aufgehalten. Der Zweite Weltkrieg nimmt seinen normalen Lauf. Was nicht unbedingt gut ist, aber... Naja. War nicht so toll. Damals. Egal. Genug gekriegt und hier rumgekriegt. Gekriegt und gekriegt... Oh Gott, was ein schlechtes Wortspiel. Egal. Vergesst alles, was ich gesagt habe. Ist total unsinnig. Ich versuche gerade irgendeine schlaue Abmoderation zu bringen, aber das gelingt mir gerade nicht. Ist zu warm. Es ist zu warm. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das erscheint. Ansonsten, es kann sein, dass danach jetzt erstmal, hier nach erstmal nicht so vor dem Anschluss kommt, nach Uploadplan, weil wegen Urlaub. Und wir sehen uns aber dann in einem hoffentlich nächsten Projekt. Ansonsten laufen ja noch andere Projekte auf meinem Kanal. Und wie üblich, wenn es nicht gefallen hat, Like dalassen. Bei Fragen ein Comment. Und ganz toll wäre natürlich ein kleiner Sub. Ja. Was gibt es dann zu sagen? Eigentlich nichts. Außer bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao mit V. Ciao mit V.